Allein 30 Warnungen an Gläubige von Galater bis Kolosser, das Heil nicht zu verlieren. In weiteren Videos werden Warnungen aus den vorherigen Büchern der Bibel aufgeführt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. In der Bibel finden wir 80 Warnungen, dass der Mensch den Weg der Nachfolge Jesu abbrechen kann. Das widerspricht der Lehre von einmal gerettet, immer gerettet, einer einfachen Lebensübergabe, die nicht nach Apostelgeschichte 2,38 erfolgt und einem theoretischen Glauben, dem keine Werke folgen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir wieder abfallen können, wenn wir nicht in Jesus bleiben. Galater 4,11 Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Galater 5,2 Sia, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Galater 5,3 Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass ihr das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Galater 5,4 Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Galater 5,12 Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Galater 5,19 Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Galater 5,20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Galater 5,21 Neidereien, Trinkgelage, Völler ein und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Galater 6,7 Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht versporten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6,8 Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleischverderben ernten, Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten, Epheser 4,30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Epheser 5,5 Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Epheser 5,6 Niemand verführe euch mit leeren Worten. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Philippa 2,12 Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Philippa 2,16 Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Philippa 3,11 Ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Philippa 3,12 Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Philippa 3,13 Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber, tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Philippa 3,14 Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philippa 3,18 Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Philippa 3,19 Deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Kolosse 1,22 Hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Kolosse 1,23 Sofern ihr im Glauben gegründet und festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kolosse 2,6 Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Kolosse 2,7 Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Kolosse 2,8 Seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Kolosse 2,18 Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Kolosse 2,19 Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Kolosse 3,5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Kolosse 3,6 Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosse 3,5 Tötet nun eure Glieder, die Götzendienst ist.